Ich nehm linken, du nimmst den rechten, gib ihn. Die Sau läuft weg von mir, Mann! Läuft zu dir? Warum hat er mich so lieb gehabt? Keine Ahnung, der ist einfach nur die ganze Zeit weggeleckt von mir, also den konnte man nicht heben. Schauen wir uns gleich mal das Ding da hinten, ja? Da ist Milchbaum, ich nehm die linke, du nimmst die rechte. Warte, 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 warte. Jetzt darf ich switchen. Oh, das war eine Milchbaumauslöschung vom Weinten. Wir wissen halt wie man mit Frauen umgeht. Ja, sind halt einfach echte Gentleman. Ja, so ist es, Mann. Jetzt stechen die auch noch eben ab. Nehmen den Feuermann. Easy peasy. Machen kurz das Licht aus. Hier rüber. Ja. Wir sind Gegner. Ja, Papa, warte. Wieder das Kaper. Ich möchte mit ihnen über Jesus reden. Ich möchte mit ihnen über Jesus reden. Hallo. 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 Wie geht ihr sie denn? Gut. U mijn, das ist ein Monster. Na ja, töten Sie die einfach bitte. Töten Sie bitte diese Monster. Töten Sie bitte diese Monster, töten Sie bitte die Monster. Entschuldigung, ich dachte, sie wären auch ein Monster. Hast du ihn umgebracht, Meiji? Ich wusste, Mann. Ich dachte, er wäre ein Zombie. Tut diese Husterei immer, ne? Husten sind aber nur Menschen, oder? Ne, ne, das sind Zombies nur. Also Zombies husten auch, sagen wir so. Ja, es kommt davon. Memphis ist nicht gut für die Lungen. Ne, das ist der Hinweis. Ich hole mir den fix. Ja, hol den du. Oh, soll ich den Generator betätigen? War da gerade ein Schuss? Ja, da war ein Schuss, Mann. Süden. Andere Seite vom Haus, oder? Ja. Komm, wir rennen mal hier hin lang. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Er hat doch eben wieder geschossen, Safe Call. Ja, lass schnell hin. Wir sind direkt da, wo das Monster ist. Geht der ist halt. Ja, der ist hier vor uns irgendwo. Der ist ganz nah. Nein, nein. Da, schau, schau. Könnte im Haus sein, hier. Ja, ist er wahrscheinlich eh. Oder hinterm Haus irgendwo. Super nah. Hinter uns wieder. Stimmt, da, hä? Schüsse, kommen wir doch wieder von woanders. Ja, vielleicht von Kornfeld. Oh, die haben die Spider gebanished. Ah. Schüsse, auf uns. Auf uns, Schüsse. Stimmt. 300. Ich sehe doch hinten einen stehen, ja? Ich sehe ihn auch, ich sehe ihn auch, ja. Hat einen Hit, hat einen Hit. Er hat mich auch einmal gehatert. Pusche ihn. Mit der Shotze. Pusche auch mit. Hier rechts ist er. Ich gehe links, ich gehe links. Ich gehe rechts, ich gehe rechts. Boah, der hat auch die gleiche Shotgun. Pass auf. Der kommt langsam. Er blutet stark, er blutet stark. Ab ihn. Du, warte, 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 warte. Oh, kein schlechter Spieler. Der hat mich derbe gewonnen, Schalter. Ich dachte, der hat nur eine Winchester. Danke dir, Mann. Gerne. Was ist los? Hast du gerade dir irgendwas gegeben? Hast du eine Spritze gegeben oder so? Nein, nein, nein. Ich habe nur dagegen gebraucht. Okay, komm. Wir kümmern uns um die Spider. Die muss hier unten drunter sein. Ich habe da gerade zum Weg nach unten gesehen. Gut, ich dachte schon, ich vermasselte es. Ich dachte auch nicht, dass der mich jetzt runter hat. Dachte ich wirklich nicht. Hier unten runter, glaube ich. Ich gucke jetzt nur die Spinne ab. Also die werden auf uns warten. Ich gucke rechts kurz. Na links. Rechts scheint frei. Ist eine Sackgasse gleichlaucht. Ich glaube, das sieht nicht nur an zweiter Augen aus. Weiter müsste er schon eingezeichnet sein, oder? Ja, die ist hier direkt bei uns, sozusagen. Okay, okay. Ja, hier oben ist einer direkt. Hier oben, hier oben. Du musst, du musst. Der Maid ist links. Okay. Er ist down. Einer ist down. Der Maid ist vor mir. Oh, da ist eine Explosiv-Tonne. Pass auf. Schieß auf dich. Bist du down? Ja, ich bin auch da. Hast du die Tonne zuerst? Nein, nein, nein. Er hat die zum Schluss. Oh, fuck. Aber dann ist er auf dead. Er ist auf dead. Ich hole dich gleich. Ja, das ist easy. Sicher, dass er dead ist? Du musst es weggefickt haben. Der stand vor der Tonne. Okay, ich vertraue dir. Ich wollte dich. Schau, ob ich den sehe. Links, links. Gejagen mich die. Doch, hier. Eins, zwei, beide tot. Passt, sehr gut. Er hat die Tonne in die Luft gejagt, der Lump, wo er davor stand. Ich habe nur vier Schuss für die Schutze. Müssen wir uns beeilen. Irgendwo hier ist. Jetzt mal die Spinne finden. Hier, in dem Gebäude. Andi, in dem Gebäude. Ja, der ist genau da links von uns. Irgendwie unter uns vielleicht. Mach mal Licht an. Ja, ich glaube, der hat. Kommen wir da nach unten hier? Ich habe keine Ahnung, man. Collect ist beide Bounty. Die sind jetzt schon am Collect. Einer hat eine Bounty. Einer hat eine Bounty. Die haben beide eine Bounty, oder? Ja, beide haben sie. Beide haben sie. Guck mal. Die sind direkt unter uns hier. Strayed genau unter uns. Ja, ja. Die kommen gleich irgendwo hoch. Wo kann man hier hochkommen? Du weißt es auch nicht, oder? Nee, keine Ahnung, man. Ja, auch nicht. Verdammt. Die nehmen wir auf der Strayed. Die sind aber schon weiter vorne. Die gehen dann nach vorn. Ja, stimmt. Achso, vielleicht ist das hier so ein Keller vom Haus oder so. Ja, ist der ein Verlies, oder was? Und jetzt straight unter mir. Ah, jetzt laufen sie weg, oder? Ich kann die Blitze nicht zuzuordnen. Ja, die laufen weg, die laufen weg. Die sind draus. Ein bisschen hinterher. So wie ich laufe, oder? Ja, durch das Gornfeld, genau. Ja, genau, genau. Wir wollen zum unteren, südlichen Ausgang. Wir holen uns, Bro. Wir holen uns die. Ich sehe den Spieler. Ja, da ist ein Spieler. 255. Ja, das ist ein Zombie. Das läuft ein Zombie. Ja, aber der läuft dem Spieler hinterher. Der läuft dem Spieler. Vor dem ist ein Spieler. Ja, ich sehe den Spieler. Offenes Feld. Deine ist weiter hinter dem. Offenes Feld, offenes Feld. Ja, den sehe ich, den sehe ich. Deine ist weiter hinter dem. Ich kann nicht anvisieren. Fuck. Komm, du hast den Winnie. Du musst schießen auf den. Da ist der zweite, da ist der zweite. Schau. Wo ist der? Der ist hinter dem. Ah, da, ich sehe ihn. 255, ja, ja. Weit vorzielen. Hat einen Hit? Fuck. Ich habe einen Typ gehitert oder einen Zombie, ich weiß nicht. Ich habe ihn einmal gehitert. Nur einmal, dummerweise. Ich glaube, der hat gerade einen Zombie da vorne. Ne. Ich glaube, die rennt weiter, Andy. Da ist er, da ist er. Ne, ist ein Zombie. Sorry, alles gut, alles gut. Sorry, Mann. Aber wir müssen uns beeilen, wenn die Extracten sind, die sofort weg. Ich sehe ihn auch wieder vor uns da. Genau vor uns, ja. Ja, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Fuck, come on, Andy. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Hörst du das? Wir kommen wieder hin. Come on, no. Es geht easy. Da unten, da unten beim Extracted jetzt. Einer hat Hit. Fuck. Einer hat einen Hit. Wir müssen wieder Shotgun draus. Komm mal an, Andy. Du musst schießen. Ich muss auch, ja. Du hast einen, einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann habe ich einen erwischt. Hab den anderen, hab den anderen, Andy. Komm, schnell, komm, schnell. Bounty mitnehmen und flüchten. Go. Oh, Andy. Oh, Andy. Oh, Andy. Oh, Andy. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Fuck yeah. Fuck yeah, Andy. Das geht sich richtig aus. Was? Noch mal, noch von vorne. Noch von vorne. Du bist, glaube ich, rausgesteppt. Einmal kurz. Tut mir leid. Ich hätte es ja sagen müssen. Bleibt ganz dicht, bleibt ganz dicht. Und jump wieder. Ich verflüge, Daniel. Ich fasse da rein. Alter, was war das für eine geile Runde, Whitey? Es ist jede Runde wieder nice, man. Das war jetzt die fünfte in Folge, die wir gewonnen haben, oder? Die fünfte in Folge, die wir gewonnen haben. Und das war die spektakulärste von allen, oder? Alter, das war wirklich. Vor allem da hinten, wo dann alle Ballert haben. Ich wusste nicht, dass wir die unter uns sein können. Aber nett von denen, dass die das wirklich, dass die für uns die Spyder gesucht haben und getötet haben. Das war wirklich freundlich, weil da muss ich dieses eklige Quietsche Vieh, was so schnell rennt, nicht nochmal umbringen. Das hat mir gereicht einmal, Alter.